Raccoon City Police Department, als Treadwife Kate. Gut, wir sind hier mit dem Bill gestartet, super. Ja, warum... Spiel mir gegen eine Legion? Nein. Warum habe ich so lange keine Videos aufgenommen? Das liegt einfach daran, dass ich eine neue CPU gekauft habe in der Zwischenzeit. Ich habe jetzt den Ryzen 7 5800X3D. Und leider hatte ich keinen Kühler mit, der ich die CPU kühlen konnte. Bedeutet, ich musste ein bisschen warten, bis ich mir eine Wasserkühlung und ein neues PC-Gehäuse kaufen konnte. Und das habe ich gemacht und jetzt kann ich dementsprechend Videos aufnehmen. Vorne ist die Seite leider abgeschlossen. West Wing Issues. Come on, nice, 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 nice. Oh, der hasst mich. Ja, ja, der hasst mich. Oh, ich werde zugecampt, ich werde zugecampt. Fuck you, fuck you, fuck you. Okay, der hasst mich schon mal gut auf den Start. Verlässt er mich? Hier ist auch Corrupt Intervention, what? Okay, vielleicht spielen wir auch gegen den Hacker und jeder, der das corrupt ist. Das ist ja witzig. Ja, aber das war der Grund, warum ich mich nicht aufnehmen konnte. Ich wollte, aber ich konnte nicht. Und dann gab es so eine kleine Zeitspanne, wo ich nicht wollte, aber konnte. Das waren die letzten zwei Wochen. Ich war einfach so ein bisschen burnt out noch von DVD, weil ich so viel während des Events gespielt habe. Ich habe Pinhead auf Prestige 100 gebracht, unter anderem. Und als nächstes in, ich glaube, fünf oder sechs Tagen, dann Nicolas Cage. Ja, okay, dann halt nicht. Dann kann der Grind beginnen. Ich werde definitiv zum Nicolas Cage Release ein Video machen. So, hat er Painless? Er hat Painless. Natürlich hat er Painless. Warum sollte er auch nicht? Dying Light. Er hat Dying Light. Nicht selber töten. Nicht selber töten. Und Pop Goes to Weasel. Okay, wir kennen drei Perks. Maximum Slowdown. Bro. Geh weg. Kindred Mega Value. Er hört mal atmen. Ach, komm, bevor er Second Stage erreicht. Hacke ich mal lieber ab. Ja, 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 komm. Nice, er hat mich nochmal getroffen. Oh, der hasst mich so sehr. Der hasst mich so sehr. Er geht da lang. Ich höre nichts. Oh, heißt Syria? Nee, add-on. Für eine Sekunde dachte ich, heißt Syria, aber nee, nee, nee. Add-on. Ja, gut zu wissen. Ja, dann mache ich den da vorne. Ja, Dead by Daylight um elf Uhr morgens. Und ja, es ist wirklich elf Uhr morgens. Ich bin verrückt, ich weiß. Oh Gott. Oh Gott. Ich kann mich nicht mal heilen, bedeutet, mein schönes Lucky Break wird einfach gerade aufgebraucht. Ach ja, ach ja. Wie waren eure Matches? Während des Events vor allem. Fuck, ich hätte ihn schon wieder fast ausgetrickst. Wo geht er lang? Nach vorne? Okay. Also, meine Matches bestanden einfach nur daraus, dass die Killer gecampt, getunnelt und gesluckt haben ohne Ende. Jedes Match war ein Wesker. Jedes Match war ein Blythe und jedes Match war ein Nurse. Also, ich habe noch kein Event in Dead by Daylight mitgemacht, was so schlimm war wie das. Wirklich. Und ich habe einige mitgemacht. Daher habe ich so ein bisschen Erfahrung und kann sagen, es war fucking schrecklich. Es war schrecklich. Und ja. Ich habe jetzt, glaube ich, 1400 Cakes auf Pinhead. Und, äh, insgesamt, glaube ich, so 1000, äh, 2100, äh, wenn man auf alle Charaktere, äh, äh, rechnen würde, zusammenrechnen würde. Äh, scheiße. Ja, komm. Komm, komm, komm. Folg mir, folg mir. Lass die ruhig abhaken. Habe ich hier eine Palette? Irgendwie eine God-Palette oder so? Habe ich tatsächlich? Okay. Ja, da habe ich kurz, äh, hesitated. Muss ich ja sagen. Oh Gott, damit hat er mich gekriegt. Ja, ja, okay. Du musst sie brechen. Ja. Als ob das funktioniert hat. Die Legion, keine Ahnung. Ist jetzt auch nicht die beste. Warum hat der Adam die Seed? Ich verstehe es nicht. Oh, immer diese Adams. Die spielen alle gleich. Ich hasse es. Ja, gut, dann suche ich mal einen Generator auf der Map ohne Generatoren. Äh, hier oben müsste einer sein, oder? Ja, da ist einer, aber da gehe ich definitiv nicht hin. Dass hier überhaupt kein Generator spawnen kann, ist, äh, wirklich ein Rätsel. Oh, Dying Light, äh, zwei Stacks, aber jemand ist gestorben. Ich weiß ja, ob der dann zählt. Doch müsste. Ist ja nicht die Obsession. Müsste. Zwei Stacks, okay. Geht die, oder? Ja, die muss gehen. Ich bin die Einzige, die Generatoren macht. Also jetzt gerade. Der Bill wurde abgehakt. Bin mal gespannt. Also, selbst wenn die Legion aus irgendeinem Grund, äh, Barbecue und Chili haben würde, würde sie mich nicht sehen, weil ich hinterm Generator war. Okay, okay, okay. Oh, Resilience wäre jetzt awesome. Ja, scheiße. Nein, das hätte fast funktioniert. Das hätte fast funktioniert. Scheiße. Okay, erster Haken, aber leider ein Painless. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, oder? Ja. Kommt die, oder? Oder campt die Legion? Ich glaube, der campt. Ja, ich höre gelegentlich mal Terroradius. Ja, okay. Die Klaudett wurde gerade... Wir hätten ohne Probleme das Match schaffen können. Nur wegen diesem dummen Adam, nicht? Danke. Willst du mich heilen? Okay, dann halt nicht. Äh, ich glaube, hier auf der Seite müsste noch ein Generator sein, oder? Ist der... Ja, die Legion ist dem... dem Bill auf den Fersen. Ja, keine Ahnung. Das Match ist vorbei. Wir könnten natürlich... Ja, die Klaudett. Die probiert natürlich, das Gleiche zu machen wie ich. Zu staffen. Und potenziell die Hedge bekommen. Ist ja gar nicht mal so dumm. Hier ist ein Totem. Nice. Ich habe so das Gefühl, dass ich gefunden werde. I don't know. Mein Glück, wenn es um Staff geht, ist meistens nicht so hoch. Ich finde keine Generatoren. Ich weiß auch gar nicht, ob auf dieser Seite überhaupt noch welche sind. Oder ob der Nächste einfach da vorne in der Mitte ist. Ich glaube nämlich. Nochmal die Chasing Points bekommen. Er möchte antäuschen. Scheiße, 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 scheiße. Ich weiß von welcher Seite. Ah, da ist er. Ja, nee. Also, mich kannst du so nicht outplayen. Ja, dann, äh... Mach einfach den hier. Der möchte uns beide. Okay, Out of Frenzy. Hat wahrscheinlich abgebrochen. Oh, da hatte ich einen kurzen Ruckler. Ja, das Spiel ist aktuell ein bisschen komisch optimiert. Scheiße, nein. Ich wollte die Panette droppen. Okay, töte mich. Ich habe keinen Bock mehr auf das Match. Aber ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich werde mich jetzt einfach am Haken sterben lassen. War jetzt nicht die spannendste Runde, wenn ich ehrlich bin. Aber... Wart wir mal machen. Es ist DVD um 11 Uhr morgens. Ja, lass ein Like da. Komm gerne in meinen Discord-Server. Link findest du unten in der Videobeschreibung. Dann wünsche ich euch auch einen schönen Tag. Und dann sehen wir uns wieder, wenn Nicolas Cage rauskommt. Tschüss und bis zum nächsten Mal.